Bei der Partnerwahl haben Sie schon die richtige Entscheidung getroffen. Treffen Sie auch bei der Wahl Ihrer Trauringe die richtige Entscheidung. Unser kompetentes Fachpersonal begleitet Sie dabei. Wir nehmen uns Zeit. Bockholt in Dülmen – eine gute Entscheidung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Senderführung heute Abend. Wir sind gerade in den Aufnahmen für einen neuen Kino. Wir haben den Studio-Bereich. Kommen wir gleich mal in Ruhe dazu. Wir gehen erst mal hoch in den Konferenzraum. Da findet also jeden Tag die Redaktionskonferenz statt von Radio Technikahl. Es gibt eigentlich vier große Konferenzen, die wir haben. Dann läuft die Sendung, 6 bis 9, Morgenshow, wichtigste Sendung des Tages überhaupt, haben Sie die meisten Hörer. Es gibt also keine Ahnung. Hier werden also die Nachrichten recherchiert, produziert, unter anderem. In anderen Bereichen zahlen Sie gleich noch. Und zwei kompletten geternisierte Studien aus. Das ist hier, genau, das Herzstück des Senders. Das ist Sendestudio A. Sie werden gleich in der Akustik, das ist ganz anders. Sie sehen, wie die Karten haben wir hier. Das ist Stück und Teil. Gut, wir zeigen Ihnen mal die Räumlichkeiten hier. Ja, das hier sind die Redaktionsräumlichkeiten von Radio Kiepenkerl. Hier werden die Texte geschnürt. Das ist Musik. Ja, das ist ein Musik. Is es nicht in den Augen oder ist es Justice, die wir in den Traumienste? Ja, das ist nicht. Ja, das ist ein Musik. Musik Musik Ich glaube, jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Moment. Ja, ein ganz besonderer Moment für eine ganz besondere Frau. Ich habe jetzt keine großen Gedichte auswendig gelernt, passt einfach nicht zu mir. Ich will dir einfach mit dieser kleinen Aktion sagen, dass ich dir ganz so lieb habe, dass ich mit dir zusammen sein möchte. Wir haben schon einige Jahre hinter uns, wir kennen uns gut. Ich denke, wir passen auch gut zusammen. Und dann mache ich es auf die ganz klassische Art und Weise und frage dich, willst du mich heiraten? Ja! Ja, ein ganz besonderer Moment. Musik 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 Ich bin ein Pferd, das ist ein Pferd, das ist ein Pferd, das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd.